Hi Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Aquarians Guys mit dem Marco zusammen. Und dem Tino. Ja, und dem Tino. So, los geht's, weiter geht's, auf geht's. Ihr seht hier hat sich schon ein bisschen was getan und zwar hier haben wir noch mal eine kleine Mob Tower gebaut. Kann ich den Stein jetzt eigentlich mal hier wegkloppen, ja? Nein, lass ihn mal, er ist noch nicht fertig. Na ja, lass halt mal hier deinen Jumpskill zeigen. Hatte einen Jumpmann drin. So. Oh, du kannst auch reinklettern hier. So, ähm, das Weitere haben wir hier den mal aufgefüllt. 9600 Lebenspunkte jetzt immerhin schon drin. Und wir schmeißen jetzt erst einmal das gute Schwert hier rein und lassen es vor sich hin pro zellen. So, das braucht nämlich 3000 Lebenspunkte. Dann wird das zu einem ganz besonderen Schwert. Und das wollen wir haben. Und da liegt ein Ei. Ich will ein Ei. Wir haben nämlich schon insgesamt vier Hühner. Oh, schade, kein Hunger. Oh, noch ein Ei. Und die Hühner backen alle hier hinten drin. Das ist so zum Kotzen. Und wieder kein Huhn. Ach man, ist da ärgerlich. So, warte mal. Ähm, München brauchen ja hier. Können wir die mal anfixen. Wo ist das andere Huhn? Wo ist das andere Huhn? Wo ist das andere Huhn? Wo ist das andere? Ach hier. Komm, mach Fühnchen schon. Dann die Schweineis. Die können wir auch nochmal hier mit Karotten bisschen. So, make it love, be happy. Oh, naja, ein Schwein alleine kann mit sich nicht Liebe machen. Die anderen sind noch zu erschöpft vom Liebe machen davor. Da, wollte ich gerade sagen, plötzlich wird drin. Ähm, so. Okay, hier haben wir das wunderschöne Schwert. Zack. Schuh, 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 schuh. Decker of, ähm, Sacrifice. Sehr interessant. Und ich hab Hunger. Oh, was zu essen. So. Ich hab Hunger. Haben wir noch Brot? Oh, nochmal. Gießt hier schon. Eifrig. Ja, muss man oben gucken. Ähm, gut. Ähm, gut. Ey, das ist genauso abgängst, dass das, äh, nur Blöcke werden, ne. Was, 152 in gibt's? So viel hab ich gar nicht rein. Hab ich so viel rein? Hab ich gar nicht müssen. Hast du noch mal was rein? Jojo. Achso. Da stopft hier nach, ey, das kann doch nicht wahr sein. So, ansonsten, ähm, was machen wir jetzt erstmal noch schön ist. Wir brauchen ja eine Feder. Wir haben fünf Hühner. Das Problem ist, nur zwei davon sind ausgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren sollte, die zwei ausgewachsenen Hühner vielleicht mal wegzunatzen. Ähm, ähm, haben wir schon Rubber? Rubber haben wir. Ähm, zumindest eine Rubber-Tree. Ja, den Rubber-Tree hab ich gefällt. Warte mal, Rubber, Rubber, Rubber. Hier haben wir sieben Raw Rubber. Jojo. Warum? Ähm, Bräugung für die Mordvolle. Achso, na, dann nimm dir. Ähm, so, und wir gucken mal Hell's Kitchen, was wir da vielleicht noch machen könnten. Achso, ne, wir brauchen Salz. Das war das Problem bei Hell's Kitchen. Ähm, Steel Powered. Das will ich ja. Da könnten wir eventuell dieses Steelworking & You Buch schon mal herstellen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nen Award. Steelworking & You. Das heißt, oh shit, Materials & You. Oder ne Buch. Ne Buch in die Smelterie. Wie bitte? Ach ne, Steelworks Stone. Wir sollen Steelworks Stone über ne Buch gießen. Wo kriegen wir Steelworks Stone her? Blüssigen? Äh, Steelworks Stone nehmen und einschmelzen. Also du bist ja einfach Stone nehmen und ne rein. Ne, Steelworks Stone. Also du, was hier draußen, also aus dem Ofen besteht. Ja, haben wir ja aber nicht mehr, oder? Kannst ja auch einschmelzen. Haben wir noch? Aber ich glaube, du kannst sogar, ähm, selbst die Steelworks Bricks verdoppeln oder vervierfachen, glaube ich. Boah, sag mal, hast du das Mikro im Mund gerade oder rotst du die ganze Zeit da rein? Steelworks. Ähm, warte mal, ich hab hier noch 3 Steelworks Bricks. Kann ich auch mal einschmelzen, ist jetzt nicht das Ding. Ähm, so, dann brauchen wir nen Book. Book, 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 Book. So, Paper & Letter. Warte mal, Paper? Hat man nicht noch Paper? Ich hatte irgendwo noch Paper, glaube ich. Ja. 3 Paper. Und Leder. Wo kriegt man Leder her? Ähm, probier mal ne Kuh mit ne Schere zu bearbeiten. Was? Vielleicht klappt das. Ich meine, du kannst ja einfach so die Haut abziehen und das macht der Kuh nix aus. Ja. Oh mein Gott. Das klingt nicht gerade gut. Das klingt nicht nett. So, warte mal, das Iron Schwert brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr, oder? Wenn wir jetzt hier voll das krasse andere Schwert haben. Ähm, so. Na? Ich esse und esse und es passiert nichts. Cool. Ist das überhaupt abgekackt? Äh, irgendwas ist abgekackt. Aber bei mir geht gar nichts mehr. Ja. Ja. So, und warum? Warum? Warum ist jetzt die große Preisfrage? Ähm, ich hab grad so ne Förderbänder gelegt. Du hast grad Förderbänder gelegt, dann ist der Server abgekackt. Ja. Lass mal nochmal probieren. Moment. Ach, ist immer wieder schön, wie es funktioniert. Ähm, Serverstatten einmal. Lalalalalala, so. So, warte. Server startet grad. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Standbild, Standbild, Standbild. Oh Mann ey. Du hast Förderbänder gelegt. Das ist aber sehr doof. Du hast Förderbänder gelegt. Das ist aber sehr doof. Naja, hör mal ein bisschen Musik. Versteh ich aber nicht so richtig. Es wäre natürlich Ultrascheiße, wenn du Förderbänder legst, dann Server kackt ab, oder? Aha. Dann Server ist wieder da. Bist du noch da oben? Natürlich, irgendwie bin ich da unten. Oder hast du irgendwas gemacht? Ne, war? Ne, gar nichts. Ich würde nur essen. Schon wieder was gemacht? Ja, gerade eben direkt. Und? Abgeknackt? Äh, abgeknackt. Abgeknackt? Ja. Ja. Sehr cool. Also die Förderbänder bringen den Server auch zum Absturz. Wie nice. So macht es auch Spaß aufzunehmen. Hm. Und da ist er weg. So. Sehr schön. Dann heißt es wohl Finger weg von den Förderbändern. Oder? Ja, logisch. Wenn die Latoren bauen, haben wir die Latoren? Ja, wir könnten vielleicht nochmal die anderen probieren. Ich habe ja noch so einen anderen Teil, wüsse. Hm, ja, keine Ahnung. So, sowas wieder da. Lalalalalala. Oh, muss ich wieder Brot essen. Ist ja blöd. Äh, übrigens, das mit der Schere ging nicht. Kannste nochmal probieren. Moment. Ne, ne. Ne, geht nicht. Ne, ne. Geht er so hin kann. So, wir haben jetzt drei große Hühner. Das Problem ist die Hühner backen alle hier in diesem Zaun fest. Aber vielleicht mal richtig den Zaun hin stellen. Ich glaube, die finden den nicht so toll. Warte mal. Ähm. Hühnchen. Vielleicht können wir die schon mal wieder poppen lassen. Wollen wir sie töten. Das ist das andere Hohn. Das ist das andere Hohn. Das ist das andere Hohn. Ich hab ne Feder. Fünf Federn. Ich hab fünf Federn. Ich hab fünf Federn von dem Huhn gekriegt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh, jetzt ja. Hier, die können wir schon wieder. Love. Und flipp. Haha. So, sehr schön. Da, bleibt ihr da dran. So. Fünf Federn. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Was wollten wir machen damit eigentlich? Ähm. Learning. Dingsbombs. Zombies können wir auch wieder killen. Was wollten wir eigentlich machen mit der Feder? Hhm. Chicken spawnen. Oder? Irgendwo halt, ja. Irgendwie gibt's das ja nicht. Was ist denn das für ne? Ach ja, ne Feder reinlegen. Dann kriegt man so ein Chicken Ei. Ähm. Cool. Da können wir jetzt fünf neue Chicken machen. Das ist ja nice. Zack. So. So. Warte mal. Jetzt hätten wir ja theoretisch hier das eine fertig. Oder? Spawn Chicken. Ähm. So. Open. Ähm. Ähm. So. Squid Ei. Alchemy. Alchemy. Chemistry Set. Das war dieses Teil. Achso. Und dazu braucht man den Brewing Stand und den Blaze Rocks. Okay. Ähm. Gut. Naja. Das Chicken kann ich ja trotzdem schon mal hier spawnen. oder? So. Jetzt gucken wir mal. Hat das geklappt? Wieso steht jetzt immer noch 0 da? 0 von 1? Beim Schicken oder wie? Ja. Achso. Schicken gespawnt? Oder manuell reingeholt? Ne. Gespawnt. Ey. Ich glaube du hättest erstmal best erledigen müssen. Was hätte ich nehmen müssen? Best erledigen müssen. Ja. Aber es zeigt uns immer 100% schon mal an. Ja. Aber wenig. Machen wir noch eins. Ja. Bei mir ja auch nicht. Das ist ja das. Aber normalerweise zeigt es das ja. Ja. Vielleicht hättest du mal Dings machen müssen. Manuell. Ah. Jetzt ja. Jetzt ist noch 100%. So. Jetzt haben wir noch einen Chicken. Gut. Ähm. Dann ansonsten. Tja. Ich will nichts noch irgendeine Flagg Potion. Hätte. Oder irgend sowas. Würde ich ja mal näher gehen. Aber. Irgendwie. Habe ich dann doch keinen Bock drauf. Darum zu laufen. Und eine Festung zu suchen. Naja. Ich lauf ja nicht rum und suche eine Festung. Was denn das? Ähm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Wir gucken mal ganz kurz. Achso. Diesen Brick. Den haben wir ja eingeschmolzen. Genau. Wir waren stehen geblieben. Wir wollten quasi. Ähm. Genau. Wir wollten das eine Buch herstellen. So. Warte mal. Dann gehen wir hier wieder raus. Deal powered. Das Buch hier. Das Buch. Ähm. Zack. Genau. Normales Buch. Wir könnten natürlich auch ein Blank Pattern nehmen. Blank Pattern. Geht auch. Blank Pattern. Und String. Das klingt doch viel einfacher. Genau. 1, 2. Ähm. String. String. Wo bist du? Haben wir kein String? Scheiße. Ah. Entschuldigt Leute. Weißt du. Der aufmerksame Minecraft Spieler oder Partner hätte jetzt Gesundheit gesagt. Ach. Nö. Eher Krankheit. Fuck you. So. Ein Buch. Und das Buch. Wo soll ich das Buch jetzt reinlegen? Ähm. Moment. Jetzt mal in den Casting Table. In den Casting Table. Das Buch reinlegen. Ja. Und dann? Einfach die Suppe drüber laufen lassen? Das war schon, oder? Kannst du doch inspringen? Oh. Ja. Hat geklappt. So. Ah. Einer hätte gereicht. Gut. Dann gießen wir uns mal hier noch ein paar Serent Beriks. Oh man. Es nervt. So. Oh nein. Das sieht schleppig aus. Ähm. Ich bräuchte mal Hilfe. Brauchst du die nicht. Immer? Ne. Ich brauch grad noch keine Hilfe. Ich glaub ich krieg's alleine hin. Ja. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Weg damit. Das dahin. Train wieder dran. Cast wieder rein. Und weiter geht's. So. Gut. Gut. Ähm. So. jetzt haben wir schon mal die sachen was wollte ich jetzt so machen ach so ich habe jetzt das buch so wie war okay graf grad soll oder jelurium das nimmst du was willst du nehmen davon aus welche aufgabe hast jetzt gemacht steelworks das erste dann nimmt du das du nicht nehmen soll oder wir nehmen sind das ja jetzt muss ich mal hier noch ein bisschen gewöhnt aus tun so war das dass das auch gerade nicht ein schmatter drinnen ist es nicht normal diesen weg mit fix obin habe ich gekriegt ich habe Bienen gekriegt krass jetzt habe ich Bienen gekriegt wo hast du den herzen geschmissen ja in die unterste da hast du noch diese briggs mal gucken weil es ich glaube bei tinkers ist jetzt ein neuer ofen rausgekommen aber ich habe keine ahnung ob der hier noch schon wow ähm das ist so ein hochofen der ist dann ähm der verdreifacht glaube ich dann die oars und der ist ähm der schmelzt alles einzeln durch also da könntest du wirklich dann später nicht wie hier da hast du ja nicht da hast du ja nicht ein Problem mit Kupfer und Zinn da da Bronze raus wird also der Ofen macht wirklich alles einzeln ja dazu müssen wir normale Briggs quasi ähm mit Zeroed Stone übergießen dann kriegt man die auch raus was und was macht er das hast du jetzt zum Schluss gesagt ja ähm der verdreifacht ja achso also dann würden wir jetzt anstatt verdoppeln das dreifache halt rauskriegen hm ja man hat nicht eine Aufgabe für dich was ich glaube auch so lange Steine für den Dust was wir wegen was willst du machen na den Ofen bauen ja können wir machen boah ist ja nebenbei noch eine Aufgabe du brauchst keine Steine kloppen Dust sind hier vorne drinnen genug und das ist ja auch so ich kann es ja mal sehen kannst ja mal sehen so bräuchten wir dann halt nur ähm ja ich denke mal jetzt am besten ähm Barrels Barrels irgendwo hat die Barrels woher ich schliessen ja dann such die voran drin hier nicht mal dann such such ja bin ja dabei äh kalt Wir sollten vielleicht das MB-System anfangen. Du hast die Barriss jetzt hingebaut? Einen zeig mal rausgenommen. Ja dann kannst du ja gleich hier, wo bist du denn? Hast du noch das? Ich glaube ein ganzes Deck genommen. Ok. Oh die Kiste wird auch schon ziemlich voll. Was war denn alles drinne von Krimskrams? Naja das geht ja schon mal gut voran. Wie sieht es eigentlich hier aus? Haben wir hier wieder ein bisschen was? Wieso passiert hier gar nichts mehr? Weil wir keinen Sand haben. Auch Sand haben wir genügend. Wenn wir den genügend haben, dann schmeiß einfach in die Kiste hier vorne mal ein bisschen Sand rein und dann... Sand ist drin. So warte mal, dann brauchen wir quasi diese Pricks. Dann brauchen wir ja auch Gravel und Sand, ne? Ja, in dem Sinne. Nein! Gehst du rein! Boah! Die Kuh ist abgehauen! Oh weia! Schubser in! Schubser in! Da gab es einen auf dem Popo und dann war sie wieder drinne. Oh, kam da ein Hütchen raus gerade? Ja. Aus dem Ei. Schön. So, na gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns erst mal. Ja. Schon wieder vorbei? Ja, ja. Schon wieder vorbei. Alles vorbei. Alles vorbei. Alles. Hatten Ende nur die Wochster 2. So, in diesem Sinne gehen wir auch erst mal Feierabend machen und hoffen, dass wir das Däumchen nach oben kriegen, denn das würde uns ganz sehr freuen, wenn es uns gefallen hat. Von daher, wir sind erst mal raus. Bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss Chris! Buddy Time erfen am Ring mit! Tschüss! Wahrhaft! Tommy zum Späul Ich an die Bravo! Tö Şimdi ist es Aufs下一 Punkt angeht. cet一下 Z blown Vince! Vielen Dank.